zu dreschen wow ja hab ich mir grad auch gedacht alter ich hab getroffen was sind das hier für schwänze man und noch mal Seid zu schlusser. Ja, heil dich mal, heil dich! Was für ein Hure-Zone! Das ist ein richtiger Hure-Zone! Oh, pass auf! Da macht einfach das Spiel auf! Ey, guck dich, aber nun denk dich dann, hähähäh, hättest du so gedacht? Warum sucht er auch? Godzilla da ankommt, Black Mermaid oder King Kong, aber Junge! Aua! Kinas Pfeil! Fisch! Brauchen die Parabas? Oh! Ich hab's geblockt, aber der ist irgendwie hinter mir geglitscht! Ja, siehst du hier oben die Leichen, das sind immer diese Blutflecken. Ja, die wurden von der Punen aufgespießt von da oben. Aber warte mal, jetzt kann ich was reinstellen. Ich wollte grad sagen, jetzt kann ich wahrscheinlich quatschen! Ja, da oben! Ja und? Dann gehen wir hier hoch. Heppa, Heppa, Heppa... Heppa... oder irgendwie... nicht? Und jetzt schon? Oh, den hab ich runtergekriegt, das wollte ich nicht. Ah, blüder Pedder... Pfff! Alter, was zur Hölle? Was ist das? Das sah grad so geil aus, Alter! Glaub mir, meiner Sicht hat doch noch keiner aus, ey! Nein! Von meiner Sicht war das... Ja... Links hab ich aber nicht... Pfff! 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 Ich spring dir einfach hinterher, Mann! Kannst du links oder rechts? Pfff! 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 Oh, ein schmaler... Alter, grad! Irgendwie von oben. Die haben wir das letzte Mal nicht gefunden. Oh, Alter! Was zum Fick! Wollt die Fotze mich runtertreten! Von da vorne irgendwo anscheinend. Echt? Der hat nen Anfall. Ja. Meinen Freund halt, ne? Meinen Freund halt. Meinen Freund halt. Pfff! 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 Machen wir gleich. Jetzt machen wir deine Seele schon. Wir müssten ja irgendwo hier liegen, direkt vorne. Pff! Bist du das... Boah, Alter! Pff! 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 Super! Pff! Ich seh den Typen nur noch vom Berg runter renn. Was ist das? Ein T-Rex-Hund? Ich seh den nur den Berg runter renn. Andere Seite sitzt auch noch ein Hund. Ich komm mich grad nicht bewegen. Ich war im Gegner drin. Ich seh den Lebenspark einfach nur immer von der Sekunde komplett weg. Ich war einfach im Gegner drin. Da sind keine Fallen, da machen die Magier. Warum sind auf einmal bei mir 5 Leute? Was war das? Was sagt hinter mir? Es sind noch 3 oder so. Ich geh mal davon, Alter. Ihr wart doch hinter mir, ihr wart doch zu mir am Laufen, Junge. Ja. Ja. Wo seid ihr denn jetzt? An deiner Akustik haben wir gemerkt, irgendwas stimmt nicht. An der Brücke, wo ich grad gestorben bin, das ist kein Kilo mehr Zeichen. Okay. Also an dem Turm da. Ich bin schon da. Mit dem... Auf einmal krieg ich die Breitseite von allen Leuten, Alter. Ganz viel. Geh da mal. Komm mal hier hin. Jetzt zu mir. Ja. 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 Die. Frag michа nicht, warum meine Ausdauer auf einmal... Boah... Da wollte ich die Wand geschmälerin. H scientific form utilize und ue die für ein Haus. Das ist eine Rolle rückwärts. Ich werde Rennen drücken und er macht ein Ausweichding. Boah, hab ich mich erschrocken, Alter. Der Schock sitzt tief. Ich hab den letzten gehört. Die ist mir peinlich. Was ist denn mit der kaputt? Alter, was ist das denn? Tritt in die Fresse, Junge. Oh, das war aber Synchron, Junge. Jop. Einstudiert. Der hat mich, der hat mich, der hat mich. Der hat mich auch. Was macht ihr mit uns? Ich bin tot. Ich nicht. Ich hab gerade überlebt. Ich bin tot. Was zum... Ja. HUTTERS! Hast du gesehen, wie viel Schaden der gemacht hat? Hahahaha. Du hast schon gesehen, wie viel Schaden die... die... Oh nein, ich war da gewehrt. Ich habe das nicht immer geklappt, Scheiße. Hab ich nicht gerade echt gestunt mit meiner Rolle? Der fällt runter, oh, moin. Hehehehe Oh der hat mich diesmal! Ne, der hat uns beide! Der hat uns beide! What the fuck! So warte! Ja! Der kommt wieder! Der wird da vorne irgendwie stehen, warum auch immer? Hä, wose? Hä? Nein, 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 nein! Da gibt's doch nichts! Ich hab doch die ganze Luftierfette bei dem nix! Oh, was ist das? Hä? Er finischt seinen eigenen Mann! Scheiße, das fand ich jetzt einfach... Also? Wo? Er finischt seinen eigenen Mann, Digga, das muss ich auch machen, das war geil! Hast ich jetzt gar nicht gesehen, ne? Ja, weißt du, er will auf mich einschlagen und haut die mit der... ... ... ... ... Unglaublich, Alter. Haben wir echt gegen Wolverine gecappt. Stimmt. Stimmt. Ich wollte doch ganz gut sagen, irgendeiner von euch beiden hört sich kränklich an. Du, was ist denn also? Hallo? Oh, der hält aber viel aus. Junge, da willst du grad trinken, auch wenn man siehst, den Gegner vor dir. Ja, wie du mir zerstört bist. Dieses Skelett ist ja absolut strange, Säuber. Wer hoffe, in deine Tube reinzublasen, du Spass. Was verbraucht hier? Was gibt's denn? Drück die mal an. Haha, geil. Ich glaub, die kann hier nicht durch. Dann müssen wir eigentlich nur warten, damit die gleich ihre Scheiße aufmacht. Sack. Hey, die hat gar keinen Bock. Oh, da kannst du reinpflanzen. Juck die nicht. Jetzt, da ist die Verschwachstelle. Oh, da kann er da rein. Wie kommt er nicht raus? Oh, oh, oh. Hei hei. Ja, das stimmt sogar. Na voll, ja. Na denn. Das war ein Death! Ich bin explodiert von was? Ich weiß nicht, guck dir, Alter. Ich weiß nicht, guck dir, Alter. Was ist denn da für da? Oh, Mann. Warte. Tod. Wie bist denn du jetzt gestorben? Ja, einer von vorne und einer von hinten. Da kannst du doch nicht mehr weg. Die sind aber runtergefallen. Oh, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Haa. Hehehehe. Boah. Hehehehe. Ich glaube, ich habe den. Oh, s***. Ah! Oh, mein Mann. S***. Weis, die Weisheit. F**k. I feel so spät, står sozusagen. Ich, ich Idiot! Ich dachte so, es ist sicherlich ein kleiner Boss. Geh mal rein. Und hab dann meine Seele gesehen und dachte so Klassik Ich war gerade ganz oben, Junge Achso Dein Ernst? Du bist so ein Wiener Scheiße Weißt du, wer dich gerade im Rücken hatte, Marvin? Du blöder Arsch, ich bin tot Ich hab mich komplett die Klippe runtergedonnt Damit eben so ein Kack anrückt Fällt mir doch mal, Alter, komm Jetzt bin ich tot, du Arsch Ich auch, ich bin zu den Associde und Ich bin zu den Associde und Ist gut drauf Aber die Großen sind echt 3 wie, Alter Alles blöder 3 3? 3 steht davon, wie sie es 3? Ja, das sind 4 im letzten Aber halt, ne? 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 5 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 6 5 5 6 5 5 6 5 6 6 7 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 11 9 9 12 13 12 20 15 19 Mака 15 15 16 15 16 20